Hallo Leute, mein Name ist Sozial-Endzog und heute gibt's eine kleine SN4-Reation für die Dark-Sozial-Mystery-Monat-Video. Ja, SN4-Reation tue ich kein extra Intro drauf oder so. Denn, nun ja, es sind Reationen, keine speziellen LP-Parts. Und heute reagieren wir auf den Start von Marius und Slendermans Freundschaft, die am 17.09.2012 hochgeladen wurde. Das ist schon sehr lange her. Super Mario Blupas, my best friend Slenderman. Das kann ja was werden. Los geht's. Super Mario Getschie vorpräsentiert. Ein anderes Intro, okay? Blupas. Oh, ist klar. Okay, es geht darum, wie sich Mario und Slenderman befreundet haben. Mal gucken, wie das passiert ist. Hallo, wer ist da? Das sieht auf jeden Fall hundertmal besser aus als Zufuhr. Mario? Ist das ein Tort? Er schreift vor ein Tort. Es war so klar, dass er schießt. Crap. Was warst du mit in der Nacht? Wir sind out of toilet paper. Ja, da hat jemand aber ganz schön gehackt. In die Furtmecker. Was macht Notch da? Wenn du irgendwelche Spaghetti isst, wirst du tot. Alles klar. K. Welches K ist es denn? Okay, das ist mal ein anderes K. K. Ich dachte schon, das wäre wieder das Mario-Mobil. Vollschaden! Nein, klar! Ey, warum hat sich die Qualität gerade kurz verändert? Man merkt, das waren noch die Anfänger. Das ist besser als das erste Video. Da wurden anscheinend schon ein paar bessere Sachen genutzt. Die Meinkopfschilder. Was macht Notch schon wieder da hinten? Pfff. Oh. Ah, da ist Slenderman. In T-Pose. Okay, dann. Hat gar keine Angst. Warum ist Notch auf ihn? Green. Äh, was? Red light! Green light. Red light! Ne. Green light. I'm up. Red light! Was hast du gemacht? Red light! Oh, you're cheating. Ah, you're cheating. Die. Das ist wieder Notch. Bobos Cornell, ja. Ich stelle dir. Ich könnte Euch Company arbeiten. Kaum Musik und so drin. Fällt sofort auf, dass es ein altes Video ist. Aber ich habe gesagt, ich reagiere nach und nach mit auf alle. Als ob er in welchen Slam-Man nennt. Luigi! Oh, er weiß wer es ist. Ich bringe vor, wenn ich ihn nicht los. Aber warum ist Slam-Man die ganze Zeit in T-Pose? What's up? Das war kein Glas, das war eine feste Wand. Das war ein Schuss. Ich bin ein Schuss, das war ein Schuss. Ich hab mich nicht mehr gemacht. Ich hab mich nicht mehr gemacht. Oh, ich bin ein Schuss. vor Ruhe SM3 SM3 ist doch noch gar nicht am existieren glaube ich zu dieser Zeit Was meinst du? Oh Luigi Das ist einfach nur Luigi Was? Das Wort kenne ich nicht Ähm Oh Man merkt doch die Qualität wird manchmal schlechter Ja 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 Was? Was? Okay, es war Meternacht in dieser Zeit. Ja, Slenderman ist ja nicht ein Kessel, deswegen wisst ihr jetzt schon, dass es schief laufen wird wahrscheinlich. Wie auch noch der Balken daran hängt. Das war ein schonmal Traum. Was macht der in seinem Bett? Okay, das war lustig. Wer auch immer der Gelbe ist, der weiß genau Bescheid, was los ist. Okay, das war's. Okay, das war's. Jetzt kann man schlecht schildern. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, das war's. Man-a-man gehört dem Sonic-Eleksid und die bekanntesten Freakipastas. Ja, das war Mies Mario. Okay, weiter we scan Mario. Davon gab es viele in der Vergangenheit. Ezo. Ich glaube, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. I love you! Yes! Äh, leust du gerade auf deinem Rücken! Meine Hände! Was sind das alles für Wieskings? Hey, what's the guy doing? Der wird Mario down! Au! Das kam unerwartet. Ein Job! Der versucht das ähnliche wie bei Siren Head. Muss man dazu sagen. Also, eh nennt das ein bisschen Siren Head. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ich kenne die Anfänger hatten eine Menge wie geskinnt, Mario's. Oh crap, die Hebe! Hey, was ist zum Zweifel? Ich bin Catman! Oh man, was macht Slenderman da? Was? Ja, diese Gegend ist schon oft hochgeflogen. Bitte was? Und irgendwie ist es halt so wenig Musik verwendet wurde. Jetzt nutzen wir mal wieder nach Zahnzeichen. Nein. Ja, genau. Sehr unwahrscheinlich. Ich doch nicht mehr. Das ist hoch. Bitte was? Ich habe wieder ein Gefühl, man sieht ganz viel Zeit. Und das Viehkopf, da gibt es einen Schlenderkopf. Oh, Schande. Oh. Davon gab es ja in der letzten Zeit einige Anspielungen. Oh. Oh. Ich gucke. Ich gucke. Oh Er ist nochmal gestorben Das Video kommt heute noch nicht Das kommt ein anderes Mal und Ja, das war Die Episode, wo Slenderman zum ersten Mal auftrat Sehr interessant Muss man dazu sagen Damit bedanke mich fürs zusehen Bleibt sozial, lasst nau da Es war immerhin eine sehr alte Episode Und bye!